das ist geiles fleisch so warte mal scheiße ich krieg eine latte also rosa hat auch was das machen wie das zerfällt das ist so geil aber das mache ich erst in drei monaten wieder das war doch schon ganz schöne arbeit hier hinten ist noch ein bisschen fest das lasse ich aber das andere stückchen vorher eben das war auch ein bisschen kleiner aber trotzdem ist schon gut so sieht gut aus vor allem hier mit dem roten geräucherten und so ich habe erst gedacht dass der rock also die gewünsmischung da oben drauf ein bisschen sehr scharf sein würde alles gut so denn den hat es am stückrücken denn hat es am stückrücken so